Grüß euch benannt. Als Festleiter der Feuerwehrbetting darf ich euch ganz herzlich zu unserem Gründungswoch einladen. Wir dürfen im Juni 135 Jahre Feuerwehr feiern. 135 Jahre Feuerwehr bedeutet Dienst am nächsten. Wir stehen in den Startlöcher. Heute haben wir jetzt noch unsere Bierprobe gehabt, bei der Brauerei Schönram. Und ich muss sagen, es schmeckt vorzüglich. Das läuft, glaube ich, so richtig gut runter in der Festwoche. Wir haben uns überzeugen können, dass wir an unserer Seite einen starken Partner haben. Und das wäre ein ganz grimmiges Fest. Und da freue ich mich schon, dass ein Haufen Besucher kommen. Ansonsten kennt ihr Karten über die Feuerwehrbetting. Kaufen auf unserer Homepage oder Instagram. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eine fetzige Woche. Und lassen wir es verkachen.